Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Tutorials und Tipps. Heute die sechste Folge. Heute geht's zum Spaceport bitte. Wir sind auf Microtech New Babbage Interstellar Spaceport. Das ist der Ort zu dem wir hinwollen. Wir befinden uns gerade in unserem Hotelzimmer auf der Liege und gehen hier an dieser Stelle ins Spiel. So einfach mal mit Z drücken und aufstehen. Hier können wir uns einmal kurz umgucken was wir hier so haben. Wir können hier auch aus dem Fenster raus gucken wie man so schön sieht. Ein kleines Hotelzimmer oder Residenzzimmer wie man es nennen möchte. So dann gehen wir mal raus. Mal einen Blick in die Umgebung hier und jetzt heißt zum Fahrstuhl. Da ist er ja auch schon. Da noch einen kleinen Blick. Sieht ja richtig schön aus. So einmal den Fahrstuhl holen. So wieder direkt in die Lobby ab nach unten. Von da aus geht's dann direkt zu unserem Zug. Ja hier liegen sogar Geschenke, Geschenke, Geschenke. Und sind hier sogar recht, recht viele. Aber da kann ich nichts groß von mitnehmen, denn ich habe keinen Rucksack dabei. Hier geht's gleich nach unten. Denn wir wollen ja gleich zum Spaceport mit dem Microtech Metro Loop. Da einmal zu Commons und da einmal zum Spaceport. Na der ist gerade da. Vielleicht kriegen wir den sogar noch. Jo. Das ist ja nicht verkehrt. So die Bahn bringt uns dann zum Spaceport direkt hin. Müsste auch hier vorne drauf stehen. Das sind die Terminals. Da hinten sehen wir das Gebäude vom Spaceport. Da müssen wir gleich noch mal ein bisschen laufen. Fahrstuhl fahren und so. Ah, man sieht hier auch schön wie die Wolken sind. Das ist ja nicht verkehrt. So, hier haben wir es nochmal so schön. New Babbage, Interstellar, Spaceport. Hier auch eine Gesamtkarte. Dann müssen wir jetzt erstmal nach oben fahren. Wir sind hier sozusagen im Keller. Einmal zu den Terminals nach oben. Und hier müssen wir jetzt ein bisschen laufen, um zu den eigentlichen Terminals zu gelangen. Große Abzweigungen, dass man sich hier verlaufen könnte, gibt es nicht. So, hier vorne kann man nochmal so ein bisschen Klamotten einkaufen. Hier gibt es, ich wollte gerade sagen, die Tux, aber sie heißen ja anders. Der Pinguin. Hier kann man Schiffe mieten. Noch ein bisschen was zu trinken oder zu essen hier vorne kaufen. Dann gehe ich mal gleich auf die andere Seite rüber. Hier sind Hangars, wo wir die Schiffe rufen können. Und hier vorne waren auch noch... Na, wo war es denn? Genau. Hier kann man Fahrzeuge, also Bodenfahrzeuge sich holen. So, und dann gehen wir mal zu dem anderen Terminal. Dort. Na, einmal zwischendurch, zack. Geht sie den Flieger holen. So, und damit wisst ihr Bescheid, wie ihr in New Babbage zum Flughafen kommt. Ich verabschiede mich von euch und werde mal zum nächsten Punkt fliegen. Und sage bis dahin... Habt viel Spaß im Spiel. Und freut euch auf den nächsten Patch, der nicht mehr lange auf sich warten lässt. Bis dann. Tschüss. 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 ンド sp Platz. Schaust. Schaust. � Untertitelung des ZDF, 2020